Ja, moin moin Leute, euer Seho hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir befinden uns in der Kanalisation und wir gucken momentan hier ganz frech einfach rum und töten alles, was uns begegnet, weil wir sehr stark geworden sind mittlerweile. Und wir haben etwas gesehen, wo man durch konnte. Ich finde es nur nicht wieder. Das ist die große Problematik, wollte ich gerade sagen. Und zwar wollten wir hier durch. Gucken wir uns, was es hinführt. Echt? Okay, ich habe es herausgefunden. So, auf der anderen Seite gab es noch ein Fleckchen, den wir nicht begutachtet haben. Da gehe ich jetzt mal hin. Und dann gehen wir durch das, äh, hey, hier bitte nicht durchgehen. Portal. So. Solche Art von Türen nennt man übrigens wirklich Portal. Das ist jetzt kein Witz. Ein Quantum, der kennen wir schon, ne? Ich will mich immer an den irgendwie vorbeischleichen. Faszinierend. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Ja, sonst ist hier nichts. Aber hier wollte ich ja eigentlich gar nicht hin. War ja nicht meine Intention, hier vorbeizuschauen. Tipps. Oh! Gib mir Trinkgeld. Da ist Trinkgeld drin, ich krieg's nicht. Weil die Decke zu klein ist. Ah, Trinkgeld. So gefällt mir das doch. Ja, das ist ne komische Brühe, da will ich jetzt nicht unbedingt drunter. Aber hier ist auch nichts weiter. Überall Fleischhaufen auf dem Boden. Es platscht nur noch, wenn ich irgendwo hingehe. Aber damit meine ich nicht das Wasser. Ey, warte, wir gucken jetzt mal, was da drin ist. Lohnt sich das überhaupt? Das könnte sich lohnen. Das nächste Mal frage ich meine Nerven und Erlaubnis. Irgendwann. Ihr könnt euch wieder beruhigen, alles ist gut. Eine Mini-Atombombe. Ja, die brauche ich tatsächlich. Dich nehme ich mit und dich nehme ich mit. Und die Munition. Okay, die Mini-Atombombe ist zwar schwer, aber naja. Hier wollte ich hin. Das ist ein Ort, wo ich hinwollte. Okay, ist hier noch einen? Wollte ich noch einen übersehen? Kriege ich hier? Boah. Kriege ich hier den Bärenteppich? Reden und gleichzeitig rülpsen ist komisch. Schlüssel zum alten Tunnel könnten wir eventuell brauchen. Ich würde mich auch hier gerne hinsetzen und dann ein Bild machen. Ich glaube, das wäre so das Beste. Ja, ist klar. Schieten wir mal ein bisschen und gucken, was es hier so schönes gibt. Dann leuchtet was. Jo, wie fester. Ich habe es reingeschafft. Ich habe es reingeschafft. So, ähm, gut. Pose können wir eh nicht machen. Rahmen, gibt es da was Schönes? Aufenthaltsort. Aber das hat Stil. So. Schade, ich hätte mich um den Bären gerne gefreut, weil den muss ich eigentlich herstellen. Schade, schade, schade. Kann man nix machen. Naja, wir haben einen Schlüssel gefunden. Und nun gucken wir ins Terminal. Schlüssel zum alten Tunnel, wenn ihr sie braucht, sie liegen auf meinem Schrank. Aber Vorsicht, diese Tunnel sind uralt. Da stürzt man schnell ab und wird zu Ghoulfutter. Vergesst Regel Nummer 4 nicht, nie alleine gehen. Wöchentliche Instandhaltungsliste. Dinge, die passieren müssen, damit es auch weiterhin gut für uns läuft. Beutezüge haben zweimal wöchentlich statt zu finden, damit wir und unsere Waffen nicht darüber müssen. Sonst sind wir wieder gezwungen, Ratten aus der Kanalisation zu essen und es dauert ungefähr eine Woche, bis die Leute ihren Frust aneinander auslassen. Die Wasseranlage muss jederzeit bemannt sein. Wir haben Wasser, soweit das Auge reicht, aber der Scheiß muss abgekocht werden, sonst bringt er uns um. Vom Geschmack will ich gar nicht erst anfangen. Ich habe es gehasst, meinem Vater hier unten zu helfen, aber das hat mir das Leben gerettet. Ich konnte alles Mögliche über Sicherheit lernen. Vor allem, wie einfach es ist, hier reinzukommen. Wenn wir dafür sorgen, dass die Dinger immer geladen sind und nicht auseinanderfallen, bleibt hier alles unter Kontrolle. Ups, ist kaputt. Das Übliche nimmt den Schwachköpfen, die hier rein spezieren, ihren Scheiß ab und legt ihn auf den Haufen. Ein Hoch auf den König! Dies soll an die Machtübernahme der Höhlenjungs erinnern. Keine tolle, die Gemeinschaft teilt alles Scheiße mehr. Kein Pfadfinder helfen ihren Mitbürgern oder irgendeinen verdammten Grundunsinn mehr. Kein Schnurren mehr und den Lebensunterhalt nicht aus eigener Kraft verdienen. Kein Vortäuschen mehr, dass die Dinge immer so weiter laufen können, wie sie es mal taten. In der neuen Welt gibt es keinen Platz für Leute, die nicht stark genug sind, um sich das zu nehmen, was sie brauchen. Auf nimmerwiedersehen! Und... Juch, ich muss drin bleiben. Alles klar. Okay, Leute. Okay. Setzt euch. Hey! Setzt euch! Ich hab alle aus den Höhlen hierher gebeten, weil ich etwas bekannt geben möchte. Mit sofortiger Wirkung verlassen die Höhlenjungs unsere kleine Allianz und beanspruchen diese Kanäle für sich. Nun, für manche von euch mag das verwirrend sein. Vielleicht fragt ihr euch, Markus, was bedeutet das für die Höhlen? Und was bedeutet das für mich? Also, Freunde, das ist verdammt einfach. Es bedeutet, dass ab jetzt alles in den Kanälen mir gehört. Die Ratten, die ihr esst, der Schimmel in euren Matratzen, die Steine, auf denen ihr steht, das ist alles meins. Aber keine Sorge, ich herrsche gütig und gerecht. Ich lasse euch auch weiterhin meine Anlagen nutzen, wenn ihr eine Regel befolgt. Und die wäre, jeden meiner Befehle auszuführen. Wenn ich was sage, macht ihr es. Wenn ich was brauche, holt ihr es. Wenn ich den Mond will, dann findet ihr eine Möglichkeit, das Scheißding vom Himmel zu holen und mir zu Füßen zu legen. Und wenn wir uns weigern? Tja, das könntet ihr. Das könntet ihr. Aber dann wärt ihr noch mehr am Arsch, als jetzt. Schau dich um, Trish. Meine Jungs sind die einzigen mit Waffen. Und die einzigen, die was vom Kämpfen verstehen. Ihr könnt uns nichts anhaben. Ihr hättet keine Chance. Ich verstehe, dass ihr euch an diesen geselligen Liebe, deinen nächsten Schwachsinn gewöhnt habt. Aber jetzt weht hier ein anderer Wind. Also, ich weiß, dass das eine ziemlich bittere Pille ist. Aber wenn ich sie euch in den Rachen stopfen muss, werde ich das mit Freuden tun. So, könnte ich sein. Okay, wir haben irgendwie ein Ventil gedreht. Fragt mich nicht, was das bewirkt. Ich wollte jetzt einfach nur nicht sofort darüber gehen. Aber wir haben Ventile gedrückt. Und guck mal, das spritzt noch ein bisschen. Äh, das ist bestimmt sein Urin. Das hier finde ich cool. Zwei Ratten mit dem Typen, der Rattengift verloren hat. Das ist meine Art von Humor, Freunde. Das ist meine Art von Humor. So, was kann mir gefallen. Überwinde die Tür zur Pompstation. Ja, ist ja alles easy, ne? Ich meine, ich werde es heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen alles, aber gut. Ne, das ist nicht der Rückweg. Na gut, vielleicht mussten wir nur einmal an dem Ding drehen und dann kommen wir hier durch. Naja. Was haben wir hier? Tür öffnen. Wofür braucht man den Schlüssel? Arbeitsberichtssanierung der alten Tunnels. Eingegeben von Earl Air Jader Technica. Beschreibung. Die Instandsitzung wurde endlich genehmigt. Diese Kanäle sind der älteste Teil der Regenwasserkanalisation und zerfallen offen gestanden schon. Aufgrund möglicher Probleme mit der Infrastruktur wurde der Plan bewilligt, den Wasserfluss um diese Abschnitte herumzuleiten. Der Zugang wird beibehalten, da sich dort immer noch Rohre befinden, für deren Umleitung wir keine Mittel sichern konnten. Abgesehen davon ist das momentan die einzige Zugangsmöglichkeit zur Pumpenstation. Was für ein Mist. Wichtiger Hinweis. Zugang zur Pumpstation aufgrund gefährlicher Gase gesperrt. Benutzen Sie das Druckminderungsventil, um die Türsteuerung zu reaktivieren. Alles klar, danke schön. Habe ich schon erledigt. Ne, erledigen wir. Da ist, so erlastet mich hinein. Scheiße. Habe ich schon erledigt? Äh, habe ich nicht erledigt, anscheinend. Anscheinend kann man nur einmal dran drehen. Und wenn die Tür dann einmal wieder zugeht, dann muss man nochmal drehen. Rein theoretisch habe ich das jetzt ausgemacht. Also angemacht, besser gesagt. Ausgemacht habe ich ja vorher schon. Jetzt aber schnell. So. Da ist ein Knopf. Sehr schön. Ich bin du es dich. Dagegen kann man doch was tun. Wer will in den Hintern getreten werden? Du hast dir gerade den Tag versüßt. Feuer frei! Liebe. Diese scheiß vier Munition. Das regt mich so auf. Geht mir doch jemand ein Ziel, auf das ich schießen kann. Dieses Schlachtfeld gehört jetzt Uncle Sam. Jetzt glaubst du brauchst nur du. Ich glaube, bei denen wirkt man das Sniper nicht so gut. Kannst gerne mal gucken. Aber ich bezweifle das mal stark. So, machen wir mal ein Foto von denen. Würde ich sagen. Bist du bereit für dein Land zu sterben? Du kommunistische Schweine. Ah, Mr. Handy. Verdammt. Junge, chill mal. Super, jetzt können wir mich heilen. Diese scheiß vier Munition. Ich schwöre euch, wenn ich euch finde. Euch bleiben. Diese scheiß vier Munition hat mich getötet. Danke, die Feste. Hey, man könnte das so programmieren, dass das letzte Magazin, was man reingeladen hat, auch wirklich drin ist. Aber hey, wieso sollten wir das machen? Die Bugs machen wir ja auch nicht weg. Ja, zumindest haben wir das hier gefunden. Ähm, was ist das Modus? Achso, ich kann ja nicht schleichen. Machen wir hier schon mal. Ich glaube nicht, ne? Gehen wir hier nochmal kurz durch. Hule mag ich ein bisschen mehr als Roboter. Ja, guck mal, wir können hier kochen. Bärkacksen, alles klar. Ein bisschen Brandbästchenfleisch. Ja, so. Ja, ich habe das Gefühl, ich werde beobachtet. Ja, zumindest ist es immer noch Nacht. Ach, guck mal, eine Bastelwerkstatt. So, gehen wir da nochmal direkt ran. Ich möchte gerne Explosionsmunition und dann einen davon. Oder vielleicht zwei. So, herstellen, Miniatom-Bomben-Check. Äh, herstellen, Miniatom-Bomben-Check. So, sehr gut. Jetzt haben wir uns noch schwerer gemacht. Geil. Okay, wie komme ich jetzt zu meinem Zeug? Ich habe mir keinen Bock, dass hier die ganze Gegend jetzt plötzlich respawnt. Was ist hier hoch? Ach, meine Orientierung in Spielen ist für ein Arsch, Leute. Das ist echt nicht zu fassen. Ah, ich wusste es. Die Gude leben wieder. Wo bin ich? Ich bin offensichtlich hier falsch. Ich laufe dort zurück. Echt, hier bin ich gerade schon lang gelaufen. Ich komme hier nicht weg. Ah, okay, ich habe es gefunden. Ich hoffe, es ist sehr jung. Wehe, ich muss nochmal an dem Ding drehen. Dann drehe ich immer richtig am Rad. Ich drehe das Ding auf und zu. Das ergibt alles keinen Sinn. Mal gucken, wie die Sniper gegen den funktioniert. Ich weiß, dass du da bist. Du hast dich gar nicht zu verstecken. Hier ist doch ein Schleichweg. Aber ich bin kein Feigling. Entweder ganz oder gar nicht. Wo bist du? Selbst der 3,5-fache Schaden hilft ja nicht. Ich muss zweimal schießen. Das Problem ist beim zweimal schießen, dass ich höchstwahrscheinlich dann tot bin, wenn ich das erste Mal geschossen habe. Noch ein Baseball. Ach so. Das ist mein Zeug. Zero, du Intelligenz-Bestie. Jetzt wiege ich noch mehr. Okay. Wie viel Munition habe ich davon? 31. Das ist nicht viel. Aber das ist halt die Waffe, die ich gegen die verwenden kann. Seht ihr? Das ist das, was funktioniert. Wir hatten eine Bastelwerkstatt und ich hätte eigentlich Munition herstellen können. Aber hat der Zero das gemacht? Nein. Warum? Weil er es vergessen hat. Weil er alt ist. Oh, ich wusste natürlich, dass hier eine Bastelwerkstatt ist. In meinem Alter hat man die Weisheit. Okay, so. Was brauche ich? 5,56, ne? Ich gucke vorsichtshalber nach, bevor ich Scheiße baue. 5,56. Es wird nicht viel Munition sein, die dabei rauskommt. Doch, müsste er nicht. Doch, für die Tour hier reicht das allemal. Na gut, vielleicht nicht allemal. So, eine Munition ist jetzt nicht so. So viel. So. Suche in der Pumpstation nach Ursprung der Aktivität. Okay, wird gesucht. Gucken wir doch erstmal hier unten hin. Okay, irgendwelche Dingenskirchens. Ein Sensormodul. Brauchen wir wahrscheinlich. Nur Scheiße. Brauchen wir wahrscheinlich nicht. Okay, dann wird höchstwahrscheinlich der offensichtliche Fall sein, dass hier oben etwas ist. Das war's. Mehr habe ich an den Gegner nicht bekommen. Ja, ich habe mehr gerechnet. Definitiv. Ich habe das Gefühl, dass es noch nicht alles ist. Scheiße, das ist doch echt im Ernst. Gegen Maschinen ist dieses Ding leider nicht so johle. Aber verstecken kannst du dich nicht. Okay, dann nicht. Wenn sie nah genug dran sind. Überraschung. Also Schleichangriffe mit dem Ding tun halt auch weh. Oh, ich bleib mal bei dem, weil so viele Fusionskirche habe ich nicht. Oh! Das habe ich in der Schule damals auch immer gezeichnet. Okay, hier ist eine sehr seltsame Tür. Wo führst du mich hin? Ich will erst mal gucken. Ich sehe auf jeden Fall eine Roboterlei hier. Das heißt, hier bin ich safe. Ich habe mir anscheinend eine Abkürzung gebaut. Na, wohin ist hier die Frage? So spät ist das? Ja, eine geht noch. Wobei ich das ehrlich gesagt gerne beenden würde, bevor ich zur Arbeit gehe. Aber na ja. Dann komme ich halt nochmal hierher. Ist auch noch ein bisschen Erfahrung und alles. Noch ein Clown, diesmal heil. Wie Siege, Sicherheitsaggressor, Tron. Bist du ein Boss? Auf welchen Level bist denn du? 46. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nee, 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 nee. Huch! Huch! Ich vermute mal, das war es nicht. Jetzt kannst du jetzt knicken. Ich kann es jetzt knicken, Junge. Ausschwärmen, Leute. Ich will diesen Ort hier durchkämmt haben. Sicher, was? Die restlichen, was? Achso, das waren die wahrscheinlich. Okay. Questa gab... Ja, es war jetzt aber nicht der Boss, oder? Der Auswahl da. War das dieser sogenannte Raid? War das dieser Raid? Nee, oder? Wie viele Schatzkarten wir schon wieder haben. Was ist denn der Auswahl da? Der Auswahl da. Verbesserter Schaden regerniert deine Gesundheit für kurze Zeit, wenn du einen Gegner triffst. Das war es jetzt aber nicht, oder? Arbeitsbericht Roboterhersteller. Eingegeben vom Mechaniker James E. Peek. Beschreibung. Installation der Roboterhersteller abgeschlossen. Die Station ist nun vollständig automatisiert. Ich persönlich glaube ja, dass sie es mit Sicherheit nach Militärstandard übertrieben haben. Aber hey, bestimmt hat der Vertrag dafür irgendeinen Bonzenarsch bei Robco seine acht Yachten eingebracht. Automatisierter Statusbericht. Ridesprings Fernleitung. Status läuft. Energieverbrauch 240 Volt Wechselstrom. Spitzenbereich 90 Galonen die Minute. Verteilte Menge 600 Galonen. Ist klar, Türfensteuerung. Was ist denn die Tür? Was ist denn für eine Tür? Rechts hat sich die Tür geöffnet. Der hat das offen. Hallo, Mord. Hoffentlich lebst du noch nach meinen Modifikationen der Roboterzielparameter. Falls ja, hast du wahrscheinlich bemerkt, dass alle oberen Ausgänge verschlossen sind. Und du am Arsch bist. Ich verstehe es, Mord. Du dachtest, du wärst sicher. Du dachtest, du hättest dir ein Zuhause für all diese hilflosen Trottel errichtet. Du wolltest nicht akzeptieren, wie es jetzt läuft. Ja. Da war mir sofort klar, dass du hier so einen Scheiß abziehen würdest. Bevor du mit deinen Leuten wie ein paar Ratten in die Kanäle geflüchtet bist, hast du mich gefragt, warum ich das mache. Der Grund dafür ist ganz einfach. Die bösen Jungs gewinnen immer Mord. Es läuft auch nicht anders als vor den Bomben. Scheiße. Aus dem Grund sind die meisten von uns überhaupt hier unten gelandet. Ich dachte mir, bevor ein anderer es tut, kann ich auch einfach der Böse sein. Hä? Hahaha. Ah, Entschuldigung. Ich dachte nur gerade, wie stolz mein Vater wäre, dass sein Sohn in seine Fußstapfen bei der Abfallentsorgung tritt. Hahaha. Wir sehen uns in der Hölle, Mord. Ja, der Typ. Gefällt mir. Ihr fällt mir. Neh mich mit. Oh, cool. Also wenn ich jetzt hier zum Ausgang komme, dann... Oh, weiß auch nicht. Wäre doch schon ein bisschen seltsam. Ein Siedler. Ja, da... Kein Wohin, dass du geschoben bist. Da siedelt man sich ja auch nicht an. Was für eine verdammte Tür hat sich geöffnet? Ja. Hier die, oder was? Ja gut Freunde, ich würde sagen, das war's ja jetzt klar für heute, ne? Ähm... Ich glaube, das war's. Ich weiß nicht, wofür ich den Schlüssel brauche, den ich bekommen habe. Ähm... Wenn ihr mögt, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ich noch was verpasst habe. Oder ob ich es falsch verstanden habe. Also, soweit ich das verstanden habe, war das hier gerade ein Raid. Oder? Hm. Ja... Bis zur nächsten Folge. Aderein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020